Einen wunderschönen guten Mittwoch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock, Paper, Scissors. Ja, liebe Freunde, schaut so aus, als wäre der Sommer nun wirklich mal endgültig vorbei. Ich hoffe es zumindest. Ich habe mich wirklich ungenogen noch niemals in irgendeinem Jahr so sehr auf Herbst und Winter gefreut wie in diesem Jahr. Ich kann es kaum erwarten, dass es wieder kalt und neblig und feucht wird. Ach, das wird ein Traum. Geht es euch genauso oder vermisst ihr den Sommer etwa jetzt schon? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Doch jetzt ist es erstmal Zeit für den heutigen Fight. Seid ihr bereit? Dann los. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe Schere, was habt ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr gewonnen oder verloren habt. Und jetzt ist noch Zeit für den Random Fact of the Day. Letzte Woche hatte ich euch ja verraten, dass eine Seitenspinnerraupe über elf Gehirne verfügt. Ich habe jetzt allerdings ein Tier gefunden, das noch mehr Gehirne hat. Nämlich, man dürfte es eigentlich kaum erwarten, ein Blutegel. Blutegel haben nämlich 32 Gehirne. Abgefahren. Blutegel. Der Traum eines jeden Zombies. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen mit am Start und ich hoffe, dann sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.